Thomas, Thomas! Heute ist nämlich, heute ist nämlich ein großer Tag, weil Thomas Anders... Thomas! Thomas! Bleib hier, Thomas! Thomas! Thomas Anders hat nämlich heute Geburtstag. Und ichindi ne Geschenk für ihn. Er willst nicht gegen HIM. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wir kriegen ihn, wir kriegen ihn. Wo ist der Thomas Anders? Wo ist der Thomas Anders?! Hier ist der Thomas Anders bei, hier wo ist er denn? Wo ist denn der Thomas Anders? Nein! Wo ist denn der Thomas Anders? Oh, der ist gerade hier reingelaufen, der Thomas Anders… Thomas Anders hat nämlich heute Geburtstag und der hat die große Ehre, der kriegt von mir heute erstmals also ein Geburtstagsrabigramm der will sich vor mir verstecken Thomas Anders Thomas Anders hat heute Geburtstag, Thomas, du hast heute Geburtstag und ich habe den Geschenk mitgebracht und du hast heute die große Ehre, du kriegst als erster überhaupt ein Geburtstagsrabigramm von mir gleich drei Stück, kannst du mal das Mikro halten ich schenke dir jetzt erstmal was soll ich für dich auspacken ist doch mein Geschenk, Mensch pack mal aus, pack aus ja, pack aus ach, hält das Mikrofon ein Bandmitglied guckt mal, bitte ist das nicht schön du hast ein wirklich spezielles Geburtstagsrabigramm verdient ja, okay, es geht so bitte mal anschnitten bitte mal anschnitten so, das war das erste aber es sind noch nicht alle es geht noch weiter nein, 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 nein da ist ein Spickzettel drauf da ist ein Spickzettel und zwar das zweite Geburtstagsrabigramm geht so viel Glück und viel Segen auf all deinen Wegen auf all deinen Wegen so, und jetzt hast du noch ein drittes Geburtstagsrabigramm das ist das, was man sich auch richtig sehen kann das schöne Geschenk von mir so, und das dritte muss ich mal gerade gucken das geschaut sein, ja Denn leben soll er hoch, hoch soll er leben! Herzlichen Glückwunsch, Thomas. Ich hoffe, du bist toll. Ach, Stefan, wenn ich dich nicht hätte.